So, wir haben hier mal ein Set hier und müssen aufs Gamepad gucken. Ja. Das ist cool gemacht hier, aber Scatty regelt das schon. Ja, das sieht schon mal gut aus mit dem alten Hund. Ja, der alte Hund mit der Ender auf dem Rücken ist immer gut, ne? Ja, ich bin mal gespannt hier, wie sich der Typ mit Schwert... In blau heute. Der schlägt, ne? Ja, gegen den Hund, ne? Ich bin mal gespannt. Friedlich gegenüber dem Luftballon eingestellt. Ja, so eine Schwert-Forsch-Attacke ist raus. Oh, oder sowas hier. Ja, das war schon... Ja, das war ziemlich, ziemlich abgefixt, Alter. Ja, ja, ja. Ich fühl, ich fühl. Ah, der muss wieder ruhig mit dem Hund. Er muss ruhig, ruhig, ruhig. Er ist viel zu aggressiv. Oh, das hat er wahrscheinlich jetzt gecheckt und deswegen spielt er ein bisschen ruhiger. Ja, der ist eigentlich eine Dose jetzt, eigentlich. Ich weiß nicht mal, ob er das leider noch nicht kriegt. Ja, ne? Oh ja, was denn am... Oh, er hat eine Dose. Oh, F-Smash. Oh, leider wird das nicht gepunished. Oh, er wollte ich spiken natürlich. Er hat schon wieder ein paar Prozent mehr gemeldet. Ja, aber für Dackern ist das nie. Also für den alten Hund ist das überhaupt kein Problem. War nichts. Paar Dosen, das ist wieder alles geregelt. Aber unser komischer Down-Smash war natürlich nicht so klug. Ne, war nicht. Oh, der abgelt. Und jetzt so drei Dosen. Das connectet ja eh immer zu irgendeiner Luftattacke. Da kommt immer was mit. Oh, ich hab' ja immer. Oh ja, man schild natürlich mit der Dose. Mann mit Schwert legt sich auf. Das ist so ein Hund ja auch üblich. Das war so ein bisschen. Oh, er macht eine große Abbie. Oh, da hat er sein Limit gewastet. Die Dose kommt raus. Und ne Fähr. Alles drinne. Alles um 80 zu 46. Die Dose macht immer Pressure, ne? Weißt du, die kommt angeflogen. Auch wenn sie gar nicht trillt. Dann schilden sie. Das ist schon richtig. Oh, das ist alles drinne hier noch. Mann mit Schwert ist wieder blau geworden. Wieder ganz schön aufschilden. Ja. Trillen mal schon. Aber einmal hat ihn sogar damit gekillt. Oh. Kann ja schnell gehen, ne? Wieder so eine Abbie aus dem Nichtstund. Aus dem Ärmel gezogen. Oh, 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 oh. So, das war ein Saver-Punished. Aber den hat der alte Hund nicht bekommen. Schade. Okay, wie wird der landen? Oh, die Dose rettet ihn tatsächlich. Wow, wow, wow. So, kommt der rauf. Oh, oh, Rasenmäher. Oh, der Rasenmäher. Der Rasenmäher. 2-0 für Frido. Siegen. Die ist auch so durch heftig Arbeit, so. Das sieht schon sehr nach Arbeit aus, ja. Drei. Zwei. Eins. Los. Oh, hier, zweites Game. Back auf Smashville. Also, alter Hund gegen Mann mit Schwert. Oh, wieder die gleiche Charakterauswahl. Sehen wir das ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Bild schon mal ausgekriegt wird. Ich lass dir sein, wir können ja ein bisschen gucken. Ah, okay. Ist manchmal so, keine Ahnung. Oh, alter Hund hat ein guter Lied hier. Gegen Mann mit Schwert in blau. Okay, wirft ihn offstage. Oh, ein blaues Aura-Power-Ding. Respekt. Frozen Mexikaner, alles am Start. Rasenmäher kommt raus, trifft auf. Der Rasenmäher ist eine, die den alten Hund mal ein bisschen zu zählen. Boah, der hat ihn fast gespiked, aber die Dose hat ihn gerettet. Oh, der, wow, mit den letzten zwei Hits oder so. Ruhig geblieben. Nach dem Match. Oh, einmal in dem Ash-Mash, da kommt natürlich jetzt mal eine Abwehr. Da kommt noch eine Abwehr. Da kommt noch eine Abwehr. Dunselpumpf raus, Mann mit Schwert lädt sich zum blauen auf. Da kann es nicht ganz abgehen. Naja. Ich hab ein bisschen Damage kassiert, aber... So, jetzt hat er auf jeden Fall gut kassiert. Jetzt muss der Hund wieder hinter seiner Dose chillen. Alles wieder. Oh. Oh. Das war richtig nett. Nett. Nett und weg. Und... Oh, die Convergence. Yeah. Oh, Dose aus dem Milch. Die kam überrasen. Ich selber nicht mitgegangen. Naja, auch gar nicht gesehen. Jetzt ist nur das Ding, Dose fliegt. Da Mexikaner und dann ist irgendwo noch der Hund dahinten. Mit der Ente. Dose ist dabei. Oh, die Dose macht still. Einfach mal alles. Juck die Dose. Oh, der Bull. Der Bull. Juck gar nicht. Er ist gesehen. Ich werde einfach stehen. Ja. Der kann nicht schießen. Einfach mal ab. Oh. Wie klasse gespielt war. In den letzten paar Minuten. Oh. 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 2, 2, 1. Oh. Das ist halt wenn man ein Gärtner ist, ne? Oh. 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 Oh nein, Nigga. 2 0 aber richtig heftig kassiert da hatte man mit schwert gewonnen